Hey Leute, ich bin Alex und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich drei wirklich gruselige True-Crime-Horror-Geschichten für euch. Let's go! Traumfrau Karl Tanzler, ein Bakteriologe am United States Marine Hospital in Key West Florida behauptete, dass er seit seiner Jugend Träume über einen toten Vorgänger hatte. In den Träumen erfährt er von genau diesem Mann, von einer dunkelhaarigen Frau, die seine große Liebe werden sollte. Am 22. April 1930 betrat Maria Elena Milagro de Hoyes seine Praxis. Von ihren Freunden wurde sie Helen genannt. Helen war dort zu einer Untersuchung und als Karl sie sah, war ihm klar, dass das die Frau aus seinen Träumen war. Er untersuchte Helen und stellte bei ihr Tuberkulose fest. Eine Krankheit, die zu der Zeit als unheilbar und tödlich galt. Tanzler war komplett auf sie fixiert und versuchte sie mit einer Reihe von Medikamenten zu heilen. Er brachte sogar Röntgenstrahlen und andere elektrische Geräte zu ihr nach Hause. Er erzählte ihr von seiner Zuneigung. Und schenkte ihr Segnung, Schmuck und Kleidung. Doch nach und nach wurde Helens Zustand immer schlechter. Als sie am 25. Oktober 1931 schließlich starb, bezahlte Tanzler sogar ihre Trauerfeier. Zu diesem Zeitpunkt ließ er sogar mit der Genehmigung der Familie eine Grabstätte errichten, die er immer und immer wieder aufsuchte. Eines Nachts kehrte er zur Grabstelle und stahl Helens Leichner. Er stellte ihren Körper nach, indem er die Knochen mit Hilfe von Draht zusammenhielt. Mit Seidenstoffen, die er vorher in Wachs und Mörtel getaucht hatte, stellte er ihre Haut nach. Er zog ihr ein Gewand an und stopfte das Innere mit alter Kleidung aus. Er verzierte sein bizarres Kunstwerk mit Schmuck im Vertrauen darauf, dass so ihre Seele zu ihm zurückkommen würde. Hier ein Foto der Ermittler, die den Körper der Frau später fanden. Was haltet ihr von diesem Fall? Kommen wir nun zu Nummer 2. Die Stimme. Beamten, die zur Löschung eines Feuers gerufen worden waren, fanden auf ihren Rückweg in einem Wohnblock in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau einen kopflosen Körper eines Kindes. Wenig später berichten Passanten über eine Frau, die sie in der Nähe von der U-Bahn gesehen haben. Sie hielt etwas sehr seltsames in ihrer Hand. Sie hielt den Gegenstand über ihrem Kopf und schrie laut Allahu Akbar Was so viel bedeutet wie, Gott ist am größten. Sie begann zu beten und später rief sie Ich bin ein Terrorist Worauf die Anwohner die Polizei riefen. Die Polizei konnte nicht glauben, was die Frau in der Hand hielt. Es war der Kopf der vierjährigen Nastja Mischeryokova. Das verstörende Filmmaterial zeigt genau diesen Moment, bevor die Frau verhaftet wurde. Das schreit des Filmmateriales Wurde die Polizei rief sie leider auch nicht. Die Polizei wurde mir in der Hand hielt. Frau Mischere in der Hand. Frau Mischere in der Hand. Frau Mischere in der Hand zu kommen. Frau Mischere in der Hand hat er, die Frau in der Hand. Die Frau, die als Kindermädchen arbeitete und selbst Mutter von drei Kindern war, erwürgte die vierjährige Nastja, die Lernschwierigkeiten hatte, bevor sie ihr mit einem Küchenmesser den Kopf abtrennte. Das 38-jährige Kindermädchen erzählte der Polizei, dass sie Stimmen gehört hatte, die sie in den Wahnsinn getrieben haben, nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann eine neue Familie in Usbekistan gegründet hatte und sie währenddessen in Russland arbeitet. Eine Quelle sagt, plötzlich fand sie heraus, dass er tatsächlich verheiratet war. Es war ein Schock für sie. Es wird angenommen, dass sie stundenlang über die Straßen irrte, bevor sie die Polizei festnahm. Bupukulova, das Kindermädchen, wurde gegen Mitternacht, nach nur 16 Stunden, nach ihrer grauenvollen Tat, zu ihrer Wohnung gebracht, wo sie bei der Polizei ihr Geständnis ablegte. Man hörte sie sagen, hier, hier ist das Haus, da lang. Sie brachte die Beamten in den fünften Stock zu ihrer Wohnung, in der sie mit der Familie des toten Kindes lebte. Einer der Polizisten sagte, sie habe zu ihm gesagt, ich kam hierher und zog meinen Rock aus. Ich zog das an, was wir immer zum Gebet tragen. Eine Stimme hat mir gesagt, ich soll es anziehen. Angeblich hat sich das Kindermädchen vorher liebevoll um Nastja gekümmert, so als wäre es eins ihrer eigenen Kinder. Ein Sprecher des Untersuchungskomitees von Russland sagte, angesichts des eindeutig unangemessenen Verhaltens der festgenommenen Person, habe ich die Ermittler sofort zu einer forensischen psychiatrischen Untersuchung beauftragt, um ihre Fähigkeit festzustellen, die Bedeutung ihrer Handlungen und Taten zu erkennen. Was würdet ihr tun, wenn ihr so jemanden an der U-Bahn-Station mit einem Kopf in der Hand sehen würdet? Kommen wir nun zur letzten und einer echt verstörenden Geschichte. Der Zyklus des Mondes. In den späten 50er Jahren begann Edward Payson, auch bekannt als das Biest von Jersey, Menschen in ihren Häusern anzugreifen. Er verletzte und missbrauchte sie, darunter vor allem Kinder und Frauen. Er wählte seine Opfer sehr sorgfältig aus und stieg meistens dabei überrenzte ein. Sobald er drin war, fesselte er die Hände seiner Opfer und hängte ihnen ein Seil um den Hals. Mit diesem Seil band er seine Opfer in einem nahegelegenen Feld an einem Pfahl, wo er dann sexuelle Handlungen an seinen Opfern vornah. Sobald er fertig war, brachte er einige seiner Opfer wieder nach Hause. Während der Angriffe sprach er viel mit einem weichen, irischen Akzent. Er erzählte von einer Frau, einer toten Mutter und das er schon zuvor gemordet hatte. Er hinterließ am Tatort immer Brotgrümel, angeblich für einen Mann, den nur er sehen konnte. Er ließ die Ermittler ratlos zurück, so ratlos, dass er einfach mit seinen Verbrechen weitermachte. Damals bemerkte die Polizei, dass er jedes Mal in einer Vollmondnacht zwischen 22 und 23 Uhr nachts angreff. Dabei trug er eine gruselige Maske über dem Gesicht. 1966 schrieb er einen Brief an die Polizei. Meine lieben Herren, ich denke, es ist an der Zeit, Ihnen zu sagen, dass Sie Ihre Zeit verschwenden. Wie jedes Mal habe ich das getan, was ich immer vorhatte. Und ich denke, es wird nicht dabei bleiben. Aber ich werde fair zu Ihnen sein und Ihnen eine Chance geben. Ich habe nie viel aus meinem Leben gemacht, aber ich habe vor, alles zu bekommen, was ich jetzt bekommen kann. Ich wollte schon immer das perfekte Verbrechen begehen. Das habe ich getan. Aber diesmal soll der Mond im September sehr hell scheinen. Denn dieses Mal muss es perfekt sein. Nicht eins, sondern zwei. Ich bin bei Weitem kein Wahnsinniger, aber ich spiele gerne mit Leuten. Ihr werdet vor September von mir hören und ich werde euch alle Hinweise geben, nur um zu sehen, ob sie mich fangen können. Mit freundlichen Grüßen warten Sie es ab. Edwards letzter Angriff war der im August 1970. Ein 13-jähriger Junge wachte durch ein helles Licht, das ihm ins Gesicht strahlte auf. Er wurde aus dem Bett geholt und Edward verbrachte seine Tat. Dann wurde er wieder nach Hause gebracht. Der Junge wurde von Edward bedroht. Er solle schweigen. Aber seine Angst und Paranoia, dass der gruselige Mann mit der Maske eines Tages wieder zu ihm zurückkommen konnte, brachte ihn zum Reden. Er beschrieb den Ermittlern das Biest, aber leider gab es keine weitere Spur. Der Körper des Jungen wies die gleichen Kratzer auf, wie es auch bei früheren Angriffen der Fall war. Es waren Jahrzehnte vergangen und es sah nicht danach aus, als würde Edward jemals geschnappt werden. Eines Abends bemerkten Beamten ein Auto, das über eine rote Ampel fuhr. Der Mann im Inneren des Wagens stieg aus und begann zu rennen. Er wurde von den Beamten geschnappt und auf die Polizeiwache gebracht. Doch die Ermittler stellten schnell fest, dass es sich hier auf keinen Fall um eine Routineverhaftung handelt. Er trug einen meterlangen schwarzen Mantel mit Nägeln an seinem Kragen und auf den Schultern. Und an seinen Handgelenken trug er Armbänder, die ebenfalls mit Nägeln besetzt waren. Er trug eine alte Hose, die in seine Socken gesteckt war, und Hausschuhe, Wollhandschuhe. Und in dem Futter seines Mantels fand man eine Gummimaske. Der Mann erklärte, dass sein seltsames Outfit darin lag, dass er einer geheimen Gesellschaft angehöre. Einer elitären Gruppe von Satanisten. Die Beamten durchsuchten sein Haus. Sie fanden dort tatsächlich viele okkulte Gegenstände. Aber auch falsche Augenbrauen, selbstgemachte Hüte und Perücken. Und eine Kamera mit Fotos von Häusern. Genau die Häuser, die auch das Biest heimgesucht hatte. Edward gestand die Taten schließlich. Und sagte auch, dass sein großes Vorbild, Gilles Deray war, ein französischer Serienmörder, über den gesagt wurde, dass er Kinder so häufig tötet, wie andere Brot essen. Was sagt ihr zu diesen Geschichten? Und was würdet ihr machen, wenn auf einmal ein Mann mit einer gruseligen Maske in eurem Zimmer stehen würde? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch für dunkle und mysteriöse Geschichten interessiert, lasst dem Video gerne einen Like da. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch mehr gruselige Geschichten hören möchtet. Jetzt möchte ich noch zwei Leute grüßen. Das ist einmal Ellie from Wonderland und Judith. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und diesen Samstag streame ich mit Jana live auf Twitch ab 18 Uhr. Wir spielen ein Spiel, das heißt It Takes Two. Wenn ihr Lust habt, vorbeizuschauen und live dabei zu sein, ihr könnt auch Fragen stellen. Kommt vorbei! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios! Bis zum nächsten Mal.